Hallihallo, hier ist der Nagusua. Ich dachte mir, yeah, jetzt machst du mal schön Kommentare beantworten und nebenbei lässt du mal schön ordentlich Raids aus dem One Million Loot Clan ablaufen. Ja, Wartungspause. Ja, und Cody hat gerade noch einen rausgehauen, den kann ich natürlich dann zeigen, aber das ist natürlich echt richtig, richtig schade, weil ich auch echt gedacht hätte, schön kann man echt laufen lassen und dann sowas. Also ich würde mal sagen, hier richtig ordentlich Loot am Start auf jeden Fall, aber Loot ist ja für uns jetzt momentan hier so ein bisschen uninteressant, weil Cody will ja schön in Richtung Titan und da haben ihm hier die Mauerbrecher gerade nicht geholfen, weil sie ihn einfach mal durch die Mauer nicht durchgelassen haben. So, jetzt, ja, ich denke mal, die werden gleich springen, ganz genau, ganz klare Kiste und wenn man Pekka schon in der Mitte hat, ist das Ding schon gewonnen, würde ich sagen. Also wirklich, was ich so jetzt bei den letzten Spiel-Gameplays gesehen habe, die rasieren denn so hart. Guckt euch bitte nochmal das dunkle Lager an. Noch seht ihr es hier, gleich ist es nicht mehr dort und zack, zack, oh, weg ist es. Das ist natürlich dann echt richtig hart. Glück gehabt, dass Death-mäßig hier wirklich nicht mehr so viel rumgehangen hat, weil du wärst ja sonst so ein bisschen im goldenen Käfig gefangen gewesen und du hättest die ganze Zeit immer richtig schön aufs Maul bekommen, aber der hatte halt hier seine Einzelschadensachen eben noch sehr weit draußen und nicht so ganz im inneren Bereich. Aber das ist doch schon mal was. Wir haben hier 60% schon mal und wie gesagt, Loot, klar, der ist natürlich mega geil, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber wie gesagt, dem Cody geht es hier in dem Fall eher so um den Bereich oder um die Sache halt in Titan 3 zu kommen und dafür gibt er schon mal richtig, richtig Gas in der letzten Zeit. Und da habe ich auch immer wieder gesehen, das habe ich ja gesehen, also er ist eben auch Town Hall 9, können wir mal kurz reingucken bei ihm und da hat man dann halt wirklich auch gesehen so, an manchen Stellen, Alter, jetzt hat er glaube ich keinen Bock mehr drauf. Also dass er halt wirklich gesagt hat, oh nee, nee, also das gibt es schon. Aber ist schon relativ weit dabei auf jeden Fall. Hat, die sehen wir jetzt natürlich nicht hier, aber hat sonst die Teslas schon richtig gut nach oben gemacht, die waren wirklich am Anfang, als ich hier raufgeguckt habe, noch auf, nicht auf Town Hall 1, sondern auf Level 1, aber das sieht hier richtig lecker aus alles, das passt. Und wie gesagt, hat auch immer noch ordentlich Gold und Alex da für ein bisschen was zum Upgraden. So, Level 86 bin ich auch gerade erst geworden, also das passt auch. Ja, Drachen sind nicht alle da. Ich glaube, da werde ich jetzt, wir werden erstmal hier schön unsere Beute karre leeren. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt ein bisschen überflüssig, man hätte jetzt auch genauso sagen können, meiner Meinung nach, gut, okay, komm, dann zieht er mir bitte nicht so viel ab und das wäre es gewesen. Oder, also das ist jetzt nicht so, ho, 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 toll. Also, ist meine Meinung. Aber ansonsten finde ich das ganz nett, echt, muss ich sagen. Und dann ist das okay. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt natürlich noch ein bisschen schauen, weil ich habe mir das vorgenommen, dass ich mal wieder ein paar Kommentare, ja, beantworte. So, und dann bin ich wieder in meinem normalen Clan. Ich gucke mal gerade, ob noch einer einen reingehauen hat hier, weil es geht einfach wirklich darum, dass ich euch einfach ein paar Gameplays zeigen will. Oh, mega Loot! Lassen wir einfach wirklich nebenbei laufen und dann passt das. So, und zwar geht es darum, hey, Guzo, also die Frage kriege ich ganz oft, ab welchem, ja, ab welchem Level, ab welchem Queen Level würde ich den Queen Walk empfehlen? Ich muss ganz ehrlich sagen, machbar ist es wirklich mit jeder Queen, ganz klar. Wichtig wäre in meinen Augen auf jeden Fall mindestens eine Ability Stufe, also sprich Townhall, äh, Townhall, äh, Level 5. Aber Level 5 wird schon eine richtig schwere Nummer. Also wirklich gut machbar, halt wirklich so. Also ich denke mal so wirklich zwischen 10 und 15 ist es machbar. Da passt das dann. Aber wie gesagt, immer wirklich vorsichtig, genug Rage mit beihaben und dann kein Risiko eingehen. Erstmal ausprobieren. Jeder macht das, wie er möchte. Wie gesagt, wenn nicht, fangt auch erst an mit Minions zu clearn. So wie es bei dem Good Bang Gaming, glaube ich war es, äh, wie es da gezeigt wurde am Anfang, wo ich es mir abgeguckt habe. Bloß dann habe ich mir halt gesagt, naja, das ist einfach unnötig, damit mit dunklen Truppen zu clearn, wenn ich halt eh dunkles ziehen möchte. Und hier schrieb ich auch, ja, also upgraden würde ich mindestens zum Queen Walk Level 10 empfehlen, ganz genau. So, dann geht's darum, kannst du mich irgendwann besuchen? Und zwar Westfalen Gang, die wird es jetzt nicht so oft geben. Gucken wir mal kurz rein. Aber erstmal soll der Clan, beziehungsweise der Angriff natürlich weiterlaufen. Und zwar, so, MXYI schreibt, ich finde es super, dass es dich noch gibt. Genau, den hatte ich schon geschrieben und dem habe ich auch gedankt für die netten Worte, aber das könnt ihr euch einfach mal geben kurz. Ich finde es super, dass es dich noch gibt. Alles angefangen, nee, doch alles angefangen hat es mit einem Clan-Member, der mich auf dich aufmerksam, nee, der mich gefragt hat, ob ich dich auf YouTube kenne. Als ich dann deine Videos gesehen habe und mir sie sehr gut gefallen, zum Beispiel Dorfbesichtigung, Clanspringung, Vlogs haben, da bin ich mit dem Finger auf den roten Button mit der Zahl, jetzt haltet euch fest, 800 gekommen. Und habe ab dem Zeitpunkt deine Videos aktiv gesehen. Aber Clash of Clans hat mir dann nicht mehr so gut gefallen und habe deine Videos auch nicht mehr gesehen. Was ja vollkommen logisch ist. Klar, wenn ich halt wirklich im Bereich COC halt gar nicht mehr aktiv bin und mir das Spiel zu dem Zeitpunkt halt irgendwie nicht mehr so zusagt, warum soll ich denn die Videos von Guzua gucken? Klar, weil er natürlich nebenbei seinen Zweitkanal hat, klar. Und immer mal auch was anderes bringt, logisch. Deswegen will ich ja eben auch ein bisschen, ja, Abwechslung reinbringen. Aber das verstehe ich vollkommen. Vor ein paar Wochen habe ich wieder angefangen, COC zu zocken und mir ist eingefallen, dass es dich ja noch gibt. Ich hoffe, dass du noch länger YouTube machst. Ja, wie gesagt, das wird auf jeden Fall der Fall sein. Besonders wenn man jetzt das schon so weit hinbekommen hat, dass ich mit euch mittlerweile über 17k Subs erreicht habe, dann wäre es einfach irgendwo auch... Klar, es gibt natürlich immer Gründe, das kann natürlich auch sein, aber sonst so jetzt einfach zu sagen, ach nö, ich will nicht mehr. Ja, das wäre einfach auch ungerecht euch gegenüber irgendwo. Moin Guzua, du hast gesagt, dass die Pukki-Jagd erstmal vorbei ist. Ja, für den ganzen Klaren, ja. Warum sind die Trophäen zum Joinen dann noch so relativ hoch eingestellt? Das kann ich dir ganz kurz zeigen, weil das ist gar nicht so hoch. Es sind jetzt 2000, also sprich, Kristall finde ich jetzt nicht so hoch. Ja, die Sache halt, also weil sonst ist es einfach, kann ich auch einfach sagen, also ich brauche ja nie nur sagen, ja, 2000 ist nicht so hoch, sondern ich kann ja auch eine Begründung geben, klar. Sonst hat man halt wirklich ganz, ganz viele, die halt mit Town Hall 5 anfragen und ja, das bringt halt nichts in dem Fall, klar. So, so viel dazu. So, ähm, gucken wir mal, ob wir noch was haben, weil ich habe extra angefragt. Hier haben wir noch von Herbert ein Ding hier, lassen wir einfach mal durchziehen. Ja, und hier wieder, hier ganz, ganz wichtig, normalerweise würde man sagen, ja, ich sollte mal erstmal meine Maus hier sauber machen. Boah, das nervt ja voll, ist irgendwas hakelig. So, auf jeden Fall würde man normalerweise sagen, naja, gut, okay, wegen dem Loot greift man doch nicht an. Ja, aber guckt euch bitte kurz die Liga an, da weiß man dann, was los ist. Ich lasse das weiterlaufen. So, ähm, ist meine Town Hall 8 Base gut, weil ich eine suche? Nein, nimm auf keinen Fall die. Nimm auf keinen Fall die. Ich bin bloß wirklich, ich bin bloß zu faul. Also, ich würde, wenn es nicht, in Anführungsstrichen, ausgenutzt werden könnte, würde ich gerne meine Account-Daten zur Verfügung stellen, würde sagen, ey, komm, baut mir was Schönes und fertig, weil ich da echt immer irgendwie ein bisschen zu faul bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz klare Geschichte. Und, ja, also die Base ist nicht doll. Nee. Äh, Paddy schreibt, äh, top Video-Guzu. Ja, vielen Dank dafür. Ähm. Achso, äh, dann schreibt, äh, J-Group würde überlegen, äh, die Queen eventuell noch weiter reinzumachen. Die ist eigentlich relativ weit drin, muss ich jetzt mal sagen. So, dann schreibt der He oder Hai, E-Bibi, was, ich bin der erste Zuschauer. Vielleicht. So, und jetzt gucken wir mal. Usuar mit Level 5 geht's. Ah, perfekt, perfekt. Richtig gut. Samit Hiesel oder Hitzel schreibt, äh, dass es auch mit der Level 5 Queen richtig gut geht. Und, richtig, er nimmt immer 4 Rage-Spills mit. Ist halt einfach wirklich so, weil ihr kriegt sonst dermaßen auf die 12, dass euch das so wehtut, als hättet ihr eine 13 gehabt. Hahaha. Ja, aber das Bessere ist mir jetzt nicht eingefallen. Ähm, schön inaktiv, würde ich sagen. Und hier, der war richtig gut. Lord Gurke schreibt, der hat mir echt richtig gefallen, da musste ich ein bisschen kichern. Ich kaufe mir 2 Hamster. Nennen einen 1 und den anderen 2. Verliere ich 1, habe ich immer noch 2. Hahaha. Auf so Nummer stehe ich. Finde ich geil. Ich muss mal nebenbei gucken, ob ich überhaupt noch aufnehme. Ja, ich nehme noch auf. Äh, ne, also läuft auf jeden Fall. Das, das finde ich ziemlich cool. Aber nichtsdestotrotz, äh, sterbende Hamster ist natürlich nicht so lustig. Äh, wir hatten früher auch, also meine Frau und ich, wir hatten auch früher Hamster. Und mir hat das echt leid getan. Echt, zumal ein Hamster halt nicht so mega alt wird. Und man hat doch eine, ne, ja, eine Beziehung zu so einem Tier. Und ein Hamster wird halt nicht alt. Dann sitzt du da und das geht ein. Oh, ne, das ist nicht schön echt. Ähm, so, äh, pass auf den Luftfeger auf. Auf jeden Fall. Stimmt auf jeden Fall. Bei, wie gesagt, Luftfeger sollte grundsätzlich nicht, nicht, äh, unterschätzt werden. So, weiter geht's. Ja, Town Hall, acht Trophy Base. Ist ja bei mir, wie gesagt, nicht so der Knüller. Jetzt will ich aber gucken, weil ich ja hier jetzt schon mal reingeschaut habe. Beziehungsweise nicht reingeschaut habe, aber reinschauen wollte. Na, hier haut er nochmal die 50% raus. Ganz genau. Und dann hat der Kännchen, oder das Kännchen könnte man ja auch sagen. Oh, hier ist das schlimm, Alter. So ein Grind. Ihr kennt das doch auch hier, was sich normalerweise auf dem Mauspad eben absetzt. Dieser Grind, sag ich mal, hab ich jetzt auf dem Tisch, weil ich kein Mauspad habe. So, ähm, ob ich einen Community-Clan mache? Ne, äh, weil das mit dem Keep-Clan, das läuft ja wirklich ganz gut. Auf jeden Fall. Und da bin ich vollkommen, ja, beschäftigt mit, wie gesagt, jetzt eben mit dem Main-Clan sogar, mit dem Main-Account sogar noch im Gnaden los. Äh, ja, das passt. Wie gesagt, sowas kommt dann einfach wieder in einem Stream mal wieder. Wenn jetzt zum Beispiel mal wieder irgendein Special anliegen sollte, dann kommt sowas wieder. Und dafür wird dann halt auch ein Community-Clan gemacht. Aber ansonsten so, nein. Das war's auch von mir. Oh, scheiße, ist ja schon wieder viel zu lange, viel zu viel überzogen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, obwohl sie so ein bisschen zusammengewürfelt war. Das soll es gewesen sein. Haut rein, ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao, ciao.